Jahiras Lehrmeister Derwin ist noch einmal zurückgekommen. Dieses Mal hat er eine Warnung überbracht. Die Hafner haben den Befehl erteilt, Jahira zu exekutieren. Ihre Angriffe werden umablässig an Heftigkeit zu, dem es sei, Jahira ist bereit, sich ihn zu ergeben. Jahira hat ihm mitgeteilt, dass sie die Sache überdenken würde. Daraufhin ist er aufgebrochen. Ja gut. Hafner Feste, nachdem wir uns beim Gerber umgeguckt haben. So, hier seitlich können wir uns vorbeiquetschen. Jedenfalls einer nach dem anderen. Normalerweise gibt es für enge Passagen einen extra Befehl. Nämlich den hier. Ne, halt, den hier. Diesen Befehl hier. Da laufen sie nämlich alle nacheinander los. Oh, das ist dunkel geworden. Laufen sie nacheinander den Punkt so schlagenlinienförmig. Aber ehrlich gesagt benutze ich den so gut wie nie. Weil wir meistens den Leuten ja irgendwie anders die Befehle geben. So, hallo Gerber. Tut mir leid, ich habe gerade geschlossen. Kommt doch wieder, sobald ich mein Lager aufgefüllt habe. Verzeiht, dass ich gestört habe. Kann ich euch etwas über die Morde in der Nachbarschaft fragen? Ich frage wegen dem Morden ein bisschen herum und sehe, ob ihr vielleicht etwas wisst. Warum habt ihr geschlossen? Versteckt ihr etwas? Wo wart ihr, als das letzte Mordopfer gefunden wurde? Kann ich euch etwas über die Morde in der Nachbarschaft fragen? Die Wachen haben bereits die Nachbarschaft abgeklappert. Wenn ihr also etwas braucht, dann geht und sprecht mit ihnen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, also rede ich nicht mit euch. Das solltet ihr, aber lieber am Tatort wurden, Elefantenhaut und Gerbssäure gefunden. Elfenhaut, ja. Dann verzeiht, dass ich euch störte. Ja, wir haben gefunden. Ich verstehe. Und ihr habt diese Beweise gefunden? Ich schätze, es wissen auch noch andere davon. Was? Dann würde es also hiermit nicht enden. Spaßig, was? Ein kleines Stück Leder, eine Nase voll Gerbssäure. Wäre mein Leder nicht zerrissen, hätte ich nicht die neue Rüstung getragen. Kein Riss und es hätte keinen Geruch gegeben. Ich wusste es. Alle Spuren führten zu euch. Ihr kommt jetzt mit zur Garnison. Also gebt ihr zu, der Mörder zu sein? Warum habt ihr es getan? Verfluchter Bastard, ihr werdet vom Galgenbaum, falls ich euch nicht gleich schon umbringe. Warum habt ihr es getan? Ich könnte ebenso gut versuchen, dem Mond die Sonne zu erklären. Ihr würdet es nicht verstehen. Die Arbeit muss aber weitergehen. Es gibt nur noch eine Sache, welche meine Kunst erreichen kann. Und ihr dürft ihm nicht im Wege stehen. Okay. Er ist abgehauen. Die Weige Sau. Und ja, hinterher. Nachdem wir ihn ausgeraumt haben. Ach du meine Güte. Ich helfe, wo immer ich kann. Oh, dieser Gestank. Bärwand schützt uns. Hierher bringt er alle seine Opfer. Sie sind doch alle tot, oder? Die Dienerin der Natur ist bereit. An diesem Ort hängt der Gestank des Todes schwer in der Lufthalister. Und die Beweise für die grausasigen Taten umgeben uns. Seid vorsichtig. Denn ich denke, wir betreten die Arbeitsstelle eines Wahnsinnigen, die gleichzeitig sein Heiligtum ist. Erzählt mir mehr davon. Oh Gott. Au. Au. Oh. Fuh. Äh. Untote. Bereitet euch auf den Tod vor. Nein, hier werdet ihr keinen Sieg davontragen. Regic muss alter arbeiten. Was ist das? Ihr unterstützt diesen Dämon. Wer seid ihr? Warum habt ihr euch mit diesem gewöhnlichen Mörderpack verbindet? Es wird keine Gnade für diesen Schurken oder seine Spießgesellen geben. Wir können sicherlich eine Beinkunft finden. Es hat schon genug Tote gegeben. Ihr unterstützt diesen Dämon. Er wurde ausgewählt, die Gabe zu nutzen und hat sich eurem Zuge entzogen. Er wird weitermachen und eure Häute werden sein letzter Schliff geben. Kein Wort. Ihr werdet hier sterben. Wenn ihn da befiehlt, ist es so. Kann ich mal kurz laden? Wo war der letzte Autosave? Quicksafe? Äh. Ah. Wir könnten den hier nutzen. Ja. Da haben wir ja das Gebäude verlassen gehabt, nachdem wir hier fertig waren. Gell? Jo. Okay. Das mit dem Fall war nämlich recht unschön. Nun gut. So, der quatscht wieder Jahira an. Jahira? Ja. Was führt euch hierher? Es freut mich, euch zu sehen. Was für Geschäftsartes werden. Und Gespräch beendet. Und er geht. Teil das Haus rein. Hm. Was immer ihr wünscht. Willst du uns nicht mehr sehen? So, Gerber. Das mit dem Fall war nämlich schlecht. Dass ich meinte, ihm einfach so hinterher rennen zu können. Tut mir leid. Ich habe gerade geschlossen. Kommt. Ich verstehe. Und ihr habt diese Beweise gefunden? Warum habt ihr das getan? Und hier. Den Rest kennen wir. Wenn ihr es wollt. Da haut er ab. Also, wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen ja auch eigentlich gar nicht, was uns da unten erwartet. Jetzt zu dem Zeitpunkt. Also, denken wir, er versteckt sich irgendwo im Keller. Ja. So, Yoshimo sucht nach Fallen. Wie der Ahira ja gesagt hat, dass hier das wohl sein Heiligtum ist. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, hier sind genug Fallen. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen. Brief des Gerbers. Da habe ich mal wieder zu hoch geklickt. Oh, und da ist hier eine Menge Zeug. Die Pfeile plus eins können übrigens mal da hin. Und die beiden Sachen können zu Aerie. Feuerschutztrank. Ja, der ist auch praktisch. Schutzformel gegen Elektrizität. Die können wir so entziffern. Haben wir davon? Ja, davon haben wir schon eine. Die beiden können wir noch nicht entziffern. Das könnten nämlich ebenso gut verfluchte Formeln sein. Sollten wir bei der Gegend ein paar machen. Dann können wir sie verkaufen. So, was steht hier drin? Ich wurde von jedem, den wir dienen, geheißen, dies zu schreiben. Ihr, die ihr die Arbeit verbringt, wisstet, dass ich euer bescheidender Diener bin. Wenn ihr schlussendlich die endgültige Zutat für das große Projekt benötigt, werde ich derjenige sein, der sie euch bringt. Ihr findet mich in den Ombauhügeln und könnt euch zu erkennen geben, indem ihr das Buch die Geschichte der Zittarien kauft. Dadurch weiß ich, wer ihr seid, denn ich kenne nicht euren Namen und sollte ihn auch nicht kennen. Es ist von höchster Wichtigkeit, alles so sicher wie möglich zu gestalten. Deswegen müsst ihr auch meinen geheimen Namen aussprechen, den ihr aus dem Namen eures direkten Herrn ermitteln könnt. Auf diesem Weg kann es keine Verwechslung oder Fehler geben. Unsere Namen gleichen sich in Größe und Maßstab. Der letzte von seinem beginnt so wie der erste von meinem. Der nächste von meinem ist der erste von seinem, allerdings um vier ganze Schritte zurückgesetzt. Der ganze Rest meines erstens ist wie der Rest seines erstens, abgesehen davon, dass der erste von diesem der erste meines letzten ist. Der erste meines letzten ist meiner plus eins. Der nächste meines letzten ist der nächste nach dem letzten seines erstens. Der Rest meines letzten ist der dritte und der zweite in seinem ersten. Ich muss mich für dieses Spiegel entschuldigen, aber ich muss sicherstellen, dass nur ihr die Lösung wissen könnt. Ich erwarte eure Ankunft. Okay. Wurde das im Tagebuch irgendwie vermerkt? Wenn nicht, dann müssen wir uns das wirklich dann... Ich warte auf euren BIP schon erledigt. Euer Wunsch ist mein... Vor allem ist es die Frage, geht es um den Gerber? Oder geht es um Velidan? Und der Gerber ist ja gar nicht mehr hier. Bereitet euch auf den Tod vor! Was ihr unterstützt, diesen Dämon? Wer seid ihr? Warum habt ihr euch mit diesem gewöhnlichen Mörderpakt verbündet? Hier ist nichts gewöhnlich. Die Arbeit wird weitergehen. Es ist euch nicht erlaubt, das aufzuhalten, was wir bauen wollen. Velidan befiehlt euren Tod. Ach ja, und ich sollte hier dringend wieder die KI entscheiden. Äh, ja. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Gut, Velidan und der Gerber haben sich beide zurückgezogen. Regic hat gestanden, dass er für die Morde verantwortlich war. Der Magier Velidan, der sich in seinem Laden aufgehalten hat, hat von einer größeren Arbeit gesprochen, die hier vollbracht wird. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Geschichte jetzt ausgestanden ist, aber der Gerber ist ganz offensichtlich entkommen. Der Magier hat ihm wohl zur Flucht verholfen. Ja, und der Magier ist selber auch entkommen. Kurzbogen ohne Sehne. Au! Ja. Das war wieder ein typischer Fail, eine Lederrüstung zu verkaufen. Das würde ich gerne defizieren. Das kann dir deine Schrift wollen. Zack. So, was ist noch in dem Fass? Dann holen wir uns hier noch den Rest. Ein Gin beschwören. Hm. Ein Heiltrank, ein schwerer. Das ist auch nicht schlecht. Noch ein schwerer Heiltrank. So, davon haben wir ja mehr als genug. Also ja, das müssen wir aufheben. Zepter der Auferstehung. Stab der Todeswolke. Das ist ein Regenerationstrank. Davon haben wir schon ein paar. Feuerschutztrank. Der kommt auch mal zu dir. Wir haben ja dann viele Tränke. Fragt nur. Und in dem Teil gibt es leider keinen Trankbeutel. Keine große Herausforderung. So. Nun gut. Wir werden mal hier rasten. In der Also erstmal werden wir dem Hauptmann Bescheid geben, dass wir seinen Mörder gefunden haben, obwohl der gearbeitet hat. Ja, niemals Schusswaffen im Nahkampf einsetzen. Wir müssen ja auch mal den Portalstein hier zurückgeben. Können wir machen, sobald wir gerastet haben. Aber erstmal eben hier berichten. Oh, hier seid es schon wieder. Ah, ihr seid zurück. Habt ihr irgendwas gehört, dass uns helfen könnt? Könnt ihr diesen Irren zu finden, der die Leute umbringt? Ich habe herausgefunden, wer es war. Es war Rentschik, dieser Gerber. Es war der Gerber? Ihr habt ihn gestellt. Welchen Beweis hattet ihr? Gerbsäure und Leder und sie in seinem Haus waren Opfer. Klingt, als hättet ihr die hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin euch sehr dankbar. Wir haben nicht genug Leute, einem Verbrechen nachzugehen, unter denen die armen Leute hier zu leiden haben. Man wird euch hier überall gerne sehen. Hier ist eine Belohnung für eure Bemühungen, obwohl es noch nicht vorüber sein wird. Ich werde die Wache ausschicken und Rentschik suchen lassen. Aber wer weiß schon, was er nun vorhat. Ich möchte euch nochmals danken. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja. Anwesende Baltis. Da war ich aber schon drin. Da wurde ich rausgeschmissen. Im Gegensatz zu dem großen Anwesenden hier.